Als Kind, als Kindkind wollte ich tatsächlich Müllmann werden. Später wollte ich dann Meteorologe werden. Und dann bin ich umgeschwenkt auf Geografie. Also ich bin letztendlich von Haus aus Geograf. Als Geograf hat man erstmal eine ziemlich breite Ausbildung. Das ist ein sehr breites Studium. Und ich habe dann über mehrere Stationen einen Job bei der Stadt Mannheim gekriegt. Jetzt bin ich als Geograf bin ich erstmal kein Energieberater. Ich hatte aber die Möglichkeit dann als Energieberater in die Klimaschutzagentur einzusteigen, indem ich noch eine Fortbildung gemacht habe zum Energieberater. Das war, wenn ich mich recht erinnere, ein gutes halbes Jahr. Was ich dann berufsbegleitend sozusagen verbracht habe mit dem Energieberater, mit der Energieberaterfortbildung. Du lernst eigentlich im Prinzip alles, was ein Energieberater wissen muss, überraschenderweise. Sprich, du lernst ja, welche Bauteile eines Hauses es überhaupt mal gibt und wo man energetische Sanierung anbringen kann. Was für Möglichkeiten es gibt. Das ist die Gebäudehülle, das ist die Heizanlagentechnik. Also alles, was mit dem Haus zu tun hat. Natürlich auch Nutzung erneuerbarer Energien. Alles, was so dazugehört. Energieeinsparungsmöglichkeiten. Das ist also alles in dieser Fortbildung drinnen. Es ist ja so, in der Klimaschutzagentur machen wir einerseits Energieberatung. Das ist natürlich unser Kernthema. Aber andererseits mache ich natürlich auch die Bearbeitung von Förderprogrammen der Stadt Mannheim. Das heißt, ich habe da schon durchaus auch Alltag zu bewältigen. Sprich, Papierkram, was das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher macht, ist die Tatsache, dass wir auch zu Gebäudechecks vor Ort gehen. Das Faible für das Technische sollte man auf jeden Fall haben. Gerade was Heizanlagentechnik angeht. Denn da wird es dann doch schon recht technisch. Und man muss sich mit recht vielen verschiedenen Technologien auseinandersetzen. Als Energieberater sollte man auch ein gewisses Einfühlungsvermögen mitbringen für den, der einem gegenüber sitzt. Ganz einfach, weil es eben darum geht, durchaus komplexe Sachverhalte einfach darstellen zu können. Sodass die Leute, die zu einem kommen, nicht unbedingt mit mehr Fragezeichen wieder rausgehen, als sie reingekommen sind. Dieses Thema Klimaschutz in den Beratungen so ein bisschen in die Köpfe und Herzen zu bekommen. Eigentlich mehr in die Herzen, muss man sagen. Weil die Köpfe, vom Kopf her wissen die Leute schon, sie müssen was tun. Aber sie wissen meistens nicht was. Oder es fällt dann doch schwer, das umzusetzen. Was ich dann wirklich motivierend finde, ist, wenn ich merke, okay, ich habe da jemanden, der mit riesen Fragezeichen im Gesicht zu uns kam, dann wirklich geholfen, diese Fragezeichen umzuwandeln und wirklich zu Antworten zu kommen und ja wirklich zu sehen, dass die Leute dann wirklich erleichtert sind, dass sie jetzt doch irgendwie so einen Ansprechpartner haben.